Erzähl mal, der Sommer 2020 war ja sehr extrem heiß und sehr, sehr lang. Sagst du, das ist in Ordnung, das kann sich bis Oktober weiterziehen oder geht dir die Hitze so langsam auf die Nerven? Nee, Hitze ist super. Hitze ist klasse. Ich bin ein absoluter Hitzetyp. Könnte nicht besser sein. Bisschen Angst vorm Klimawandel, wie sieht das aus? Äh, nein. Nicht wirklich. Aber es ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt bis Mitte September, wo man normalerweise in den vergangenen Jahren schon die Heizung anmachen musste, jetzt nur ein T-Shirt und kurz zur Hose rumlaufen kann. Naja, verglichen mit den letzten Jahren, wir hatten auch schon eine Hitze bis Oktober und die Heizung ist zwar an, aber die hat ja glücklicherweise eine Automatik. Ich finde das noch sehr toll. Wir wohnen im Land, ich komme vom Land und wir haben außenrum unser Haus viel Grün, Wälder und Wälder und es war sehr angenehm. Das ist schon noch toll. Das finde ich sehr schön. Also das heißt, Winterklamotten noch nicht rausgesucht, die sind noch weit im Vollschrank? Nein, nein, brauche ich noch nicht unbedingt. Hier ist Sonne, heute das Klima, das ist ideal. 24 Grad, das ist super. Nee, also mir gefällt das. Ich finde es schön. Wie haben Sie denn den Sommer verbracht? Corona, wir sollten nicht weg. War das mal in Ordnung, zu Hause zu bleiben? Ich bin vom Land und bei uns ist es sehr schön. Ich habe sehr viel Platz ums Haus. Also mir hat das gar nichts ausgemacht. Sommer 2020, bis jetzt na wirklich hochklassig, bis Mitte September noch um die 30 Grad. Wie finden Sie das? Oder haben Sie jetzt so langsam mal Lust auf kühlere Temperaturen? Nö, wenn man in Urlaub ist, findet man das angenehm. Von wo kommen Sie, wenn ich fragen darf? Am Emsland. Und was hat Sie gerade jetzt hier nach Landstern verzogen? Die Nähe zu Koblenz. Wir erkunden so die Mosel-Rhein-Region halt. Perfekt. Also es kann doch so weitergehen von den Temperaturen? Ja, gerne. Also ich genieße das noch. Ich finde es sehr schön. Ich liebe dieses Herbstwetter mit Sonnenschein. Aber natürlich bin ich immer so ein bisschen so, hm, wegen des Klimas. Also ich mache mir schon Gedanken, dass es sehr trocken ist. Und deswegen freue ich mich auch über Regen. Hast du denn das Gefühl, wir haben überhaupt noch so die vier Jahreszeiten? Du sagtest gerade ein bisschen Angst vorm Klima. Ja, ich glaube gerade nicht. Also das ist ja für September, würde ich sagen, nicht der Normalfall. Und es ist schon bedenklich, wenn man sieht, wie trocken alles ist. Und es ist schon bedenklich, wenn man sieht, wie trocken alles ist.